Und dann ansteuert, dann geht der komplette Schlitten mit in die Luft und bleibt oben mit einem, sag ich mal, 50, 60 Meter Matsch. Das wird das auch nicht verhindern. Aber wenn ich jetzt mal deine vergleiche. Das wird das auch nicht verhindern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ein bisschen Samen. Ich kann es nicht mehr aufpassen, ich kann es nicht mehr aufpassen, ich kann es nicht mehr aufpassen. Das war's für heute. Ja, weil ich weiß, dass wir die Dingle haben, das ist nicht möglich, weil es keine Möglichkeiten gibt, dass es die Rehrexion gibt. Ich weiß, dass die Rehrexion gibt, dass die Rehrexion gibt. Und dann ansteuert, da geht der komplette Schlitten mit in die Luft und bleibt oben mit einem, sage ich mal, 50, 60 Meter Matsch. Da geht immer dran, das wird das auch nicht verhindern. Aber wenn ich jetzt mal deine Vergleiche... Ich weiß, dass die Rehrexion gibt. 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 Die Rehrexion gibt. Ich weiß, dass die Rehrexion gibt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Die Schwingen ist nicht eine gute Idee. Ist es bereit? Ist es bereit? Ja. Ja, ja. Ich kann es nur für alle. Wir missen die T-hooks hier. Wenn du siehst, dann... Ja. Normalerweise haben wir nur eine Schuss. Vielleicht können wir uns das. Wie gesagt, es ist eine Konflüsse von 120 Tonnen. Wenn du siehst, dann ist es schwer zu slowen oder zu stoppen. Ja, und es ist so schwer. Das ist was ich gesagt im Beginn. Es ist so schwer. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020